hier leute wir sind wieder von lappen gmbv ich bin hier mit sven unterwegs in plätschern worfer und ich bin hier den ersten agent und wir spielen den modus vorstadt krieg so heißt er glaube ich irgendwie so ja und er ist auf jeden fall neun ist werden einfach nur die vorstadt maps gespielt mit dem modus team deathmatch und abschluss bestätigt wir spielen gerade abschluss bestätigt warum was ich jetzt die löser tötet jetzt die erste kugel das ist ein scheiß ich mach mal deine löser jetzt im blick geht's auf fuck wie viele sind da unter mir übes viele darum bin ich jetzt erstmal weggerannt da oben auf dem dach liegt eine kugel die hole ich mir leidig kann eben dies bord weil wir haben ja ab und hinter dir hinter dir oh ja ich hab noch gut da wird mich auch gut ja ich versuche hoch zu gehen es dauert ein bisschen kreis zwei kugeln und ich hab kein Speedtech nicht dabei oder ich hab Speedtech ausgeschaltet weißt du aber jetzt geht zwei Zombies nach oben egal dann heuchte den Boden in die Fresse der hier oben wurde getötet der eine da wurde zwei Zombiekugeln eingesammelt und jetzt wurde ich getötet aber naja ich hab drei kugeln die beim ersten Leben geholt wenn der zwei die Woche bekommt ja hat er und der ist auch voll warum auch immer es ist einfach umgefallen Alter was hier ab geht man Kämpfe um dein Leben da hinten pass auf da steht auch gut ich hab ihn da oben liegt schon wieder so der Zombie Kugelrohbe ich habe acht Flugobjekte UFO hier haben wir können das Flugobjekte und so weiter da hätte ich es nicht reichend noch über die Hälfte Volklaster natürlich er und der Schnapper dahinter hat einen guten Job gemacht zwei Stück geholt zwei Kugeln gesammelt und lebt selber immer noch Totsdam 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 ich bin immer noch zweiter jetzt wahrscheinlich wieder die kugel du wirst auch sterben kommst du da hoch nee nicht ohne ding jetzt habe ich aber ich habe ein turbo gehabt bekommen alter zum glück da hatte ich wieder die kugel für die ganze kugel da gibt noch eine kugel warum sitzt die halle und sagen die kugel nicht ein gestern ja unser kippt er wird das fein Haus nach Senschuss ja die hat zwei ins ist es auch ziemlich übel wie ich hier drüber leider eigentlich Ja, fertig. Nicht getroffen, leider. Das ist ein Oster. Ich soll ihn gleich dazu holen. Und der andere hat ihn gegessen. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Oh, ne, 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 ich will doch nicht sterben. Ich will doch zu Jürgen zum Sterben. Oh, man, sie scheiß, ähm... Inschieß, äh... Na, die Oster sind ruhig einfach. Ja, der Oster hier stellt sich gerade auch super dämlich an, aber... ...die schlauere Oster hol ich nicht. Okay. Bei dem stecke ich wieder die Kugel. Oh nein, von hinten ne... Nein, Markus, rechte mich! Oh. Achso, geht dann jetzt auch weiter. Ja. Helft ihr auch mit dem irgendwie noch so ein bisschen? Oh, lecker. Oh, ne, Inchi, jetzt sterbe ich wieder. Das ist so klar. Ich sterbe einfach immer gegen die zwei selben, ey. Aber momentan dieser Scheiß... Wie heißt der der Manu, Alter? Du, ne, fucking Schenke... ...senke... ...senke... ...schenke... ...so klar, ich... ...burste den Oster mit... ...ding weg. Komm schon. Oh, nein! Der Typ wird einfach wiederbelebt... ...sammelt sofort das ein von dem, den ich getötet habe... ...ist dann selber unverwunschbar, dass er meine Bruder überlebt... ...gebriert, One-Hit, tötet mich... ...und damit mein Ding an und typ noch bei anderen. Wie viel Glück kann man denn haben? Viel kann man haben. Na, den der auch... ...ne Vorlage bekommen. Der hatte maximal noch 1 HP. Na, den hab ich auch schon ein paar Mal abgeballert. Ja, ich hab den 99 Damage-Kreit gemacht. Na, den, ich hab ne Vorlage bekommen. Das war halt ein Wissenschaftler, der macht über 100 haben. Kannst so geil. Zeig dich, du Schlucker. Vorlage wieder. Jo, ich hab wieder zwei geholt und wurde dann weggeholt. Jetzt bin ich in der dritte, du Spacko hast dich jeder. Schon länger. Problem ist aber auch, ich suche immer ewig lang, bis ich einen Gegner finde. Ach. Ich kille eigentlich, weißt du, aber findest du keine. Ja, es kann schon gut sein. Oh, jetzt habe ich es natürlich wieder mit zwei Orten, was auf einmal zu tun. Oh, wenn der jetzt reingelaufen wäre, der Spastel. Das ist so geil gewesen. Yeah, der drüber wieder weggeholt. Das musste doch sein. Ja. So, Leute, würde ich sagen, wir hängen gleich noch bei der Runde dran. Natürlich. Bis gleich. Bis gleich. Aber erstmal hier die Statistik ansehen. Zweiter bin ich. Bis dritter. Ja. Ja. Und dann sehen wir uns das gleich wieder. Bis dann. Yo, Leute, wir sind wieder am Start und heute spiele ich den Graf Schnambula. What? Hexer. Ja. Und das war die Einstimmungsworte zum Ben. Sven ist, äh... Letzter. Zombie? Letzter? Wie immer? Oder Schlechtes? Nee, irgendwie der Typ stand so vor mir mit seinem vergabenden Schnapper und auf einmal bup, beich gefressen. So. Einfach so instant. Und ich irgendwie so, yo, läuft. Ja, die haben so teleportiert und hab mich jetzt nicht gefressen. Eigentlich konnte ich mich schon sehen, wo ich nicht mal zu sehen gewesen war, alter. Konnte. Wallhack. Übel ist alter. Hat gleich mal die Raketen auf mich geballert. Ich hab den nicht mal gesehen, ey. Ich hab den nicht mal gesehen, ey. gut kommen muss zack schilder hat er ist tot die Leiche steht so an die Wand gelegt dass sie lebendig aus die Leiter damit kann alle drauf ist dass der Reiter auf der Zeit erweite der war verletzt sie ist leer die gleichwillig verbreitet ich verstecke mich jetzt jetzt greife ich wieder an den Vorstadtgarten ab aber er hat wenn er holt er war in den Händen alles in die Luft geflogen hat er ist leider für alle Tore wie geil war das denn jetzt also wie einfach da hinten sterben nein dein Bode alter war die geil ja die hat 3 Leute geruht 4 4 5 4 5 bei mir kam das jetzt gerade 5 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 ich habe mich in der luft vergraben in der luft weggeballert die verarscht blöde erbste ist klar z1 sturm gewärmer mit paschisten tode holt den schnapper und wiederbelebt mich sehr von vorteil dankeschön zählen mit zweifel von mehr ich habe noch ein kippen als der bildschirm schon schwarz war ich noch ein kill bekommen boah leckte das sind vier 3.000 und ich gehöre noch mit die schlechteren okay so dann war es das mit der heutigen Folge und wir sind das nächste Mal zu einer Weile von Plänzels und bis gerade Worfer und irgendwas anderes und ich sage dann bis dann und ciao Servus Servus